Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, heute gucken wir uns eine unfassbare Aufnahme an. Gemacht mit dem Gemini Observatorium, um genau zu sein mit Gemini Nord. Im Vordergrund links unten beim Credit sehen wir zwei Teleskope, die auch zu diesem Teleskopverbund gehören. Und das ist eine Routineaufnahme gewesen. Das heißt also, man hat das Teleskop einfach mal so belichten lassen. Das waren so sechs, sieben Sekunden. Und dann hat man tatsächlich etwas fotografiert. Es war keine Absicht, muss man auch ganz klar sagen. Ein Zufallsereignis kann man das auch so nennen. Hier sehen wir eine Glitterwolke und darüber sehen wir irgendwas Seltsames. Und der Name dieses Etwas, es gibt einen Namen dafür, Red Sprite. Übersetzt heißt das ins Deutsche roter Kobold. Und weil das ein roter Kobold ist, kann man sich auch schon denken, wie man früher mit dieser Thematik umgegangen ist. Also früher hat das keiner geglaubt. Seefahrer zum Beispiel haben das berichtet. Wenn sich also eine Gewitterwolke hinter dem Horizont befunden hat, also die Erdkrümmung, und dann hat man so gerade noch diese Gewitterwolke gesehen, also den Top, also den Schirm der Gewitterwolke, dann sind diese Sprites da oben raus. Und dann, weil die ja auch teilweise bis zu 90 Kilometer nach oben ragen. Also das ist nicht etwas, was jetzt hier lokal begrenzt ist, sondern es geht fast bis ins Weltall. Also da, wo Atmosphäre ist, auch wenn es nur ein ganz, ganz dünner Bereich ist der Atmosphäre, kann man diese Sprites beobachten. Das hat was mit Ionisation von Luftmolekülen zu tun. Wir sehen auch hier verschiedene Farben. Das sind die verschiedenen Gase innerhalb der Atmosphäre, die unterschiedlich leuchten, wenn sie dann im Plasmazustand sind. Und früher hat man das nicht geglaubt. Seefahrer konnten sehen hinter der Erdkrümmung sozusagen, wenn die Gewitterwolke so gerade noch sichtbar war. Piloten haben auch darüber berichtet und auch denen hat man nicht so richtig geglaubt. Aber irgendwann mal hat man dann die ersten Fotos dieser Red Sprites gemacht. Und dann hat man gesagt, hoppala, da ist irgendwas. Warum diese Red Sprites entstehen, das weiß man noch nicht genau. Also es ist Plasma, es ist eine elektrische Entladung, es ist ein Potentialunterschied innerhalb der Atmosphäre, also Plus, Minus. Und da passiert irgendwas. Und wie das genau zustande kommt, das weiß man tatsächlich noch nicht. Dann gibt es verschiedene Ansätze. Sonnenaktivität könnte eine Rolle spielen. Magnetfeld könnte eine Rolle spielen. Aber da man noch sehr wenige Aufnahmen dieser Red Sprites hat, ist es halt auch ein bisschen schwierig, jetzt zu gucken, was waren denn da für besondere Bedingungen. Das hat nämlich nicht jede Gewitterwolke. Das haben nur manche. Das ist dann teilweise so selten, dass du dann Riesenglück haben musst, wenn du überhaupt sowas fotografieren willst. Ja, und hier ist dieser Zufallstreffer, der absolut faszinierend ist. Nun, wir sehen, dass wir in unserer Atmosphäre Phänomene haben, die wir noch nicht erklären können. Also es gibt viel da draußen, was wir einfach nicht wissen. Und wenn wir vielleicht ein Prozent mittlerweile verstanden haben, was passiert, dann wäre das sogar sehr viel. Aber dadurch, dass es so viele Phänomene auch unter anderem in unserer Atmosphäre gibt, ist natürlich ein Thema auch herauszufinden, welche Phänomene gibt es denn eigentlich. Wie gesagt, das hier, das war lange Zeit ein Märchen. Das hat keiner geglaubt. Da hat jeder gesagt, du spinnst doch. Was hast du für rumgetrunken? Also zum Beispiel, wenn du auf dem Meer da rumschipperst und dann siehst du irgendwas am Horizont und sagst, was war denn das jetzt? Und es passiert halt auch nicht öfter hintereinander und es sind immer nur Bruchteile von Sekunden. Darum gibt es auch momentan noch keine, also es gibt noch nie viele Aufnahmen dieser Red Sprites. Das hier ist natürlich wunderschön, weil man nämlich auch die Topfstruktur erkennt. Das Ganze fasert oder franzt nämlich aus, je näher es dem All kommt, weil die Dichte der Atmosphäre sehr stark abnimmt in dieser Höhe 80, 90 Kilometer. Dieses Ausfransen kommt dann eben, weil wir hier andere Konzentrationen haben von verschiedenen Gasen innerhalb der Atmosphäre und eben dann auch eine andere Farbe, die sich durch das Plasma dann ergibt. Und darum sehen Sie dann oben aus wie ein Baum, der da dementsprechend so seine Äste ausbildet. Tolle Aufnahme und hochinteressant natürlich. Herausfinden muss man jetzt nur noch, wie das Ganze wirklich funktioniert. Und da gibt es halt noch sehr wenig Ansatzpunkte. Was hier genau dann der Grund ist, dass überhaupt sowas entsteht. Aber ja, es gibt ja auch noch andere Phänomene in unserer Atmosphäre, von denen wissen wir auch noch nichts. Müssen wir halt gucken. Man kann immer wieder irgendwas rausfinden und dementsprechend dann auch erklären. Da kommen wir nämlich dann in die Thematik zum Beispiel UAP rein, wo man ja auch spekuliert, können diese Phänomene, die man dort sieht, unter anderem auch so etwas sein? Plasma zum Beispiel innerhalb der Atmosphäre, welches entsteht durch bestimmte elektrische Abläufe innerhalb der Atmosphäre oder auch Abläufe im Erdboden. Da gibt es auch verschiedene Ansätze, das zu erklären. Erdbebenlichter zum Beispiel ist auch so ein Thema. Das sind tatsächlich Piezo-Effekte, die im Untergrund dafür sorgen, dass elektrische Felder entstehen und diese elektrischen Felder dann dementsprechend auch diese Funken erzeugen, die man dann auch an der Oberfläche sehen kann. Auch hier gibt es auch wieder verschiedene Ansatzpunkte, weil diese Erdbebenlichter unter anderem auch so interpretiert werden können, dass zum Beispiel Trafo-Anlagen betroffen sind. Aber es gibt tatsächlich auch in diesem Bereich noch sehr wenig Forschungsergebnisse, welche Auslöser oder welche Ursache dann ein solches Phänomen auslöst, nämlich zum Beispiel eben diese Thematik mit den Erdbebenlichtern, die tatsächlich existieren. Also zeitlang hat man tatsächlich, das sind halt Trafos oder irgendwas, die da hochgehen. Aber das ist nicht so. Das heißt, dass da passiert, was im Erdboden bei einem Erdbeben, was Elektrizität erzeugt. Und das ist natürlich auch wieder interessant bezüglich atmosphärischer Phänomene und natürlich auch im Weiteren dann, welche Plasma-Zustände in unserer Atmosphäre möglich sind. Weil eins steht jedenfalls fest, wir haben in unserer Atmosphäre sehr, sehr viele Abläufe, die unter anderem mit Elektrizität zu tun haben. Wir haben eine Atmosphäre, die sehr, sehr viel Elektrizität erzeugt durch Reibung, zum Beispiel in Gewitterwolken. Und diese ganzen Abläufe, das könnten natürlich auch eine, ja, also bestimmte Probleme, die wir teilweise auch haben, dann auch lösen können. Plasma zum Beispiel kann natürlich auch für den Flugverkehr eine Gefährdung sein. Darum untersucht man das Thema jetzt ein bisschen genauer. Was denn jetzt unter anderem zum Beispiel in diesem Bereich UAP in die natürliche Geschichte reinfallen kann, zum Beispiel Plasma. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Foto hier absolut toll. Und am Ende des Tages, manchmal ist es ja auch wurscht, was es ist. Mama kann man es einfach nur anschauen und sich freuen, dass man sowas sehen kann. Und ja, wer jetzt das bei jedem Gewitter erwartet, wie gesagt, den muss ich leider enttäuschen. Das ist sehr selten der Fall. Hauptsächlich in den Tropen zum Beispiel, da gibt es das tatsächlich häufiger. Aber ansonsten muss man auch das Glück haben, dass man genau in die Richtung schaut. Und man darf nicht vergessen, meistens hängen diese Sprites unter anderem auch mit einem Blitz zusammen, der in der Gewitterwolke stattfindet. Also einem Bodenblitz oder einem Blitz, der sich innerhalb der Wolke ausbreitet. Dann hat man sehr viel Licht, was auf die Netzhaut fällt, wenn es nachts ist zum Beispiel. Und dann sieht man diese Sprites nicht, weil man geblendet wird durch den Blitz. Also da ist sehr viel Arbeit notwendig und unter anderem auch das Glück, was man haben muss bei einer Fotografie. So, meine Lieben, schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.